Hallo zusammen, John Ricks hier. In dem Videoguide zeige ich euch, wo ihr den Schlüssel West Wing 301 findet, in dem Muster und da ist auch ein Spawnpunkt zu Beginn, kann hier gut hin, liegt er hier auf den Sitz, 301, jetzt zeige ich euch noch den dazugehörigen Raum. Da sind wir jetzt bei Raum 301, im Westflügel, quasi über der Skybridge. Hier können noch gute Sachen liegen, da unten auf dem Boden auch, vielleicht so ein Kügelbad, so, dann kann man hier über den Balkon rüber, SV98 kann hier liegen, Medivacs und hier auch mal Geld, Waffenkiste. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, euer John Ricks.